. Wir können uns aber nicht bleiben lassen. So, wie gefällt Ihnen heute dieses Wischler-Treffen? Optimal! Super! Wie gefällt Ihnen das Wischler-Treffen? Na ja, mir ist es ganz gut! Super! Und was sagen Sie zum Wischler-Treffen? Super! Kommen Sie nächstes Jahr auch wieder? Ne! Ne! Der Aufwand zu anstrengen! So, die Gäste von weiter her, wie gefällt Ihnen das Wischler-Treffen? Das Wischler-Treffen! Das Wischler-Treffen! Wie Ihnen das hier gefällt? Das gefällt mir sehr gut! Danke! Kommen Sie wieder? Ich komme gerne wieder! Nächstes Jahr? Oder dieses Jahr? Ich denke, da haben wir gesagt, da fahren wir nach Sylt nächstes Jahr! Ach so, ein Pech! Aber auch! Okay, beendet! Und du? Dir gefällt es auch? Ja! Sehr schön! Guten Appetit! Dankeschön! Sehr schön! Sehr lecker! Perfekt! Na mal! Dass wir gut gekocht haben! Wie immer, ne? Ja! So, wie gefällt Ihnen denn das Wischler-Treffen hier? Würden Sie wiederkommen? Jederzeit! Würden Sie auch das Doppelte bezahlen? Bitte? Würden Sie auch das Doppelte bezahlen? Drei-Fache! Sehr schön! Das ist nicht immer für uns, ne? Das ist schön! Das ist schön! Also, dass Sie uns nicht verlieren, oder? Das ist schön! Und sich nicht verlieren! Das hier ist ruhig! Und wir arbeiten nicht nach vorne! Ach so, nicht, das ist ein Doppelte. Überroher flexibility zu verbreiten, wenn Sie essen! Für mich wieder zu gewähren! Ich will so ein Doppelte, dass Sie das auch noch! Ich will nicht mehr so öfter! Ich will so einen Doppelhäumen! Vielen Dank. 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 Hallo.